hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medieval dynasty ja wir haben in der letzten folge hier schon mal unsere schmiede positioniert wir haben jetzt allerdings deutlich nach 19 uhr und gehen deswegen jetzt einfach mal ins bett morgen morgen und abend mein schatz ich habe dich vermisst geliebter wie geht es und steht in unser normal unterhaltung wie war der tag bisher der herbst mal die schönsten farben das steht außer frage aber es trotzdem eine deprimierende angelegenheit die natur ruht sich aus während wir so hart arbeiten müssen wie zu keiner anderen jahreszeit ich wünschte ich könnte den herbst einfach verschlafen so machst gut meine liebe ja wir haben in der letzten folge ja zwei leute dazu geholt die wohnen hier da müssen wir den zaun auch noch fertig machen genau das ist nämlich der alt mir hier steht es auch am schild da einfaches kleines haushalt mir und bogner bogner genau alt mir ist schon da ich mache ich gerade mal das feuerchen an das ist schön warm ist so und da ist die bogner ist auch angekommen sehr gut ich hoffe ihr vertragt euch jetzt zwei ich wünsche euch eine gute nacht und wir gehen dann jetzt auch mal pennen oder auch noch johannes kraut so dann schlafen wir mal eine runde bis zum nächsten tag natürlich so der letzte tag im herbst guten morgen meine liebe bist du nicht durstig mein schatz hier nimm einen schluck vielen dank wie steht es um unser kleines königreich bisher scheint es problemlos zu laufen das ist gut und was beschäftigt dich so im moment es ist traum hoffentlich war dieses wunderschöne tal mit dem großen fluss im herzen man möchte sich unter einem baum legen und den ganzen tag den geräusch in der natur zu hören leider wartet arbeit auf mich ja mach's gut gehst du gleich zu unseren neuen nachbarn wir haben jetzt eine küche haben wir auch in der letzten folge glaube ich gebaut wir haben eine köchin sie geht mal unsere neuen nachbarn begrüßen sehr gut ja das ist natürlich schön ja wir haben hier ein brunnen da haben wir auch in brunnen ward jetzt also wir brauchen uns nicht mehr um wasser kümmern guten morgen ihr zwei ach da sitzen auch zwei guten morgen ich mache euch mal das feuerchen an ist zwar hell aber dann gibt es jetzt noch ein bisschen wärmer sehr schön so ein steinfeuer würde hier vielleicht auch noch mal irgendwo hin machen dass man das hier noch mal platzieren auch noch mit bänken drumherum brennholz brauchte ich da glaube ich steine und brennholz habe ich einen stamm im inventar nein nur stücke doch holzstämme hammer sechs brennholz brauchen wir okay dann können wir auch zweimal müssen wir brennholz machen hätte ich eigentlich auch direkt zweimal machen können wenn ich daran gedacht hätte und ich muss was trinken das wäre auch nicht verkehrt so schlückchen in ehren so den stein machen wir weg würde ich hier nämlich kann man hier vielleicht das feuer reinmachen passt das gucken wir mal ne moment das war das falsche stein brauchen wir noch mehr okay zwölf steine die sollten ja jetzt nicht das riesige problem darstellen hoffe ich eigentlich ist die gegend hier recht steinreich leider nur reich an steinen nicht reich an gelten aber sechs sieben acht neun zehn elf zwölf so haben wir alle dann können wir uns danach mal der schmiede widmen und müssen mal gucken wie weit unsere bauern dame da kommt so das feuer würde ich hier gerne in der kuhle platzieren müsste ich nur natürlich kuh drücken und das geht sehr schön ja für bänke brauchen wir wieder holz ne muss mal gucken welche wird da können wir auf jeden fall einen von weg nehmen definitiv und ich glaube wir brauchen wieder stroh ne sonst kann ich die schmiede gar nicht bauen das heißt wir müssen irgendwo ins tal irgendwo ins tal runter das ist so ein bisschen der nachteil wenn man hier oben baut stroh gibt es halt keins das müssen wir uns dann selber irgendwo immer besorgen so zu neben hier ist aber eben genug müssen sie es nur umdrehen so meine bank hier ist so ist ganz schick muss man nur umdrehen geht nicht so ist okay Entschuldigung für den hustagrad der kam etwas zu plötzlich und da brauchen wir noch holzstämme zwei nochmal da müssen wir nochmal einen baum opfern da hinten stehen die teilweise immer noch sehr dicht hier zum beispiel zwei direkt hintereinander das tut ja nicht in noten ne und wie gesagt ich lass die stämme erstmal oder die stümpfe erstmal stehen dass wir da zur not dann auch nochmal dass sie wieder nachwachsen so machen wir hier nochmal eine bank möglichst gerade sehr schön da haben wir da jetzt drei schöne plätze wo man sitzen kann wenn man denn möchte sehr schön ich verlege gerade nochmal Pilze müssten wir auch noch sammeln ne fällt mir gerade ein dass wir noch genug Pilze haben für Pilzsuppe das sollte ich vielleicht machen bevor ich die Schmiede baue hallo stein steinpilz weil die Schmiede können wir auch noch im Winter bauen Pilze kann ich aber im Winter nicht mehr sammeln klingt logisch ne stein da ist noch ein Pilz das ist gar nicht was die für Pilzsuppe braucht können steinpilze dazu müssen wir gleich mal nachgucken oder gucken gucken wir jetzt mal nach Technologie Küche Pilzsuppe steinpilz riesenschirmling und edelreizka okay also mit steinpilzen fahren wir nicht falsch ich kann doch hier auch gucken ich Nudel Birkenmilchlinge brauchen wir eigentlich nicht Entschuldigung ich wollte gerade nicht rennen aber irgendwie macht der Gewohnheit da ist noch ein Pilz Fliegenpilz brauchen wir ja eher nicht zumindest nicht zum kochen da ist noch Breitwegerich den nehmen wir natürlich auch mit wobei ich habe ja Heilmittel aber das ist auch noch ein Steinpilz das ist gar nicht wieviel wir von diesem Edelreizkant schon haben da ist noch mal einer so da ist dieser Schirmling da haben wir aber eigentlich schon eine ganze Menge von aber nehmen wir trotzdem mal mit Gallenröhrling okay der ist glaube ich bitter also nicht wirklich was was man essen kann Edelreizka sehr schön weil wenn wir von einer Sorte nichts haben dann für die ganze Pilzsuppe halt nix beziehungsweise ist die ganze Pilzsuppe dann hinfällig deswegen brauchen wir da von allen es gibt ja auch nicht wirklich Alternativen ne dass man sagt okay ich weiche auf einen anderen Pilz aus oder so Fliegenpilz ne ne da ist noch ein Pilz auch wieder ein Fliegenpilz da ist noch ein Edelreizka sehr schön da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer genau das was wir brauchen da ist der Jäger Radomir Steine will ich jetzt gerade nicht Edelreizka sehr schön da haben wir zumindest ein paar Pilze die es gibt und das ist doch gut Wölfe müssen wir auch noch jagen da drücke ich mich immer gern noch ein bisschen vor nennen wir nochmal mit ich weiß noch nicht wofür der gut ist vielleicht zur Not einfach nur zum Verkauf wer weiß da sind noch Pilze Ton da hinten sind noch Pilze sehe ich Steinpilz sehr schön die brauchen wir ja auch davon haben wir grad sieben Steinpilz 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 hier war noch einer wunderbar lass meinen Jäger in Ruhe oh Ton und eine Schaufel sehr gut attackiert das einfach meinen Jäger wo kommen wir denn da hin den nehmen wir mit Eisenschaufel sehr schön hast du mich jetzt erschrocken hat der mich jetzt erschrocken so Pilze da sind nochmal wieder Edelreizka sehr schön nehmen wir auch gehört zu denen die wir brauchen nochmal einer noch mal einer er wird heute wahrscheinlich eine eher ruhige Folge oder zumindest mal jetzt am Anfang ein bisschen ruhiger weil Pilze sammeln ist natürlich jetzt nicht die spannendste aller Aktivitäten außer man trifft dann hin und wieder nochmal ein Wildschwein oder sowas aber ich muss einfach grad ich kann jetzt halt nur noch nur heute noch sammeln danach ist es vorbei breitwegerich nehmen wir auch noch mit es geht auch nur noch diese Jahreszeit leider noch keinen Sammler eingestellt die anderen Berufe gingen gerade vor deswegen haben wir da noch nicht so viel an da ist auch nochmal ein Steinpilz 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 das ist gut genau die die wir brauchen Edelreizka sehr schön können die nachher mal in die Küche bringen ich weiß gar nicht wie viel wir da schon haben von bringen wir sie mal in die Küche würde ich sagen und gucken mal wie viel wir da schon in der Truhe haben wir hatten ja vorher immer schon mal ein paar Pilze gesammelt geilen Röhrling ist halt nicht so der den wir jetzt brauchen ausdauer zu niedrig ja da ist unser Wassermeister der dafür sorgt dass alle immer genug Wasser haben und hier ist unsere gute Burgner die Köchin auch nur Holzschalen wo hab ich denn die Pilze hingepackt achso die sind wahrscheinlich im Lebensmittellager ne den brauchen wir hier genau nicht aber den Edelreizka das Fleisch kann ich hier noch rein tun den Riesenschirmling und die Steinpilze sehr gut so gucken wir mal wie viel wir hier drin haben von den jeweiligen Birken Lebensmittellager Fliegenpilz auch Lebensmittellager Gallenröhrling auch Lebensmittellager so ich muss aber grad mal gucken wie viel wir eine Pilzsuppe Riesenschirmling und Steinpilze haben wir oh das sind nicht viel von den anderen doch Edelreizka haben wir auch aber auch nicht viele nur zwei noch ok so ganz viele Pilzsuppen wird das nicht geben aber gut ist halt so ich könnte es eigentlich grad nochmal ein bisschen am Zaun hier weiter bauen ich habe eh genug Stöcke dann machen wir da noch ein bisschen weiter zack ein Flechtsaun Tor müssen wir da nochmal irgendwann machen aber das muss ich ja erstmal kaufen muss auch gleich was essen und was trinken sehe ich die Frage ob ich was dabei habe hm hm so essen nein habe ich nicht ok dann holen wir uns gleich was fangen wir mal hier hinten an tam-taram-taram-taram-taram könnten wir fertig kriegen den Zaun wenn wir nicht vorher verhungern und verdursten wobei immer zwölf Elemente hm vielleicht 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 gleich ist er wieder erschöpft gleich ist er wieder erschöpft der Gute ja nächste Jahreszeit werden wir dann denke ich vermehrt Quests machen halt und bauen wir brauchen ja eh wie gesagt noch einen Schmied den müssen wir dann ähm ja auch noch ein Haus für bauen für den Schmied na doch den kriegen wir fertig sehr schön danach gehen wir was essen und was trinken zack so wunderbar oder wunderbar vielmehr so dann holen wir haben wir noch eine Kohlsuppe holla die Waldfee nehmen wir mal eine Pilzsuppe und essen die gerade so weit kommen wir damit aber nicht äh vielleicht putze ich mir noch ein bisschen Fleisch gerade wäre vielleicht kein Fehler und dann trinken wir noch ein bisschen so machen wir gerade ein bisschen Fleisch dass die Bürger dann Kohlsuppe und so essen können eventuell müssen wir auch nochmal einen Schwung braten dass wir da unsere Köche ein bisschen unterstützen gucken wir mal ich meine die zwei werden sich jetzt natürlich Kohlsuppe geholt haben wo die gestern Abend gekommen sind schauen wir mal wie sich das entwickelt eine Kohlsuppe eine Pilzsuppe haben wir vielleicht haben wir ja heute Abend ein bisschen mehr so ich esse dann gerade mal Fleisch das macht ja auch satt und wir sind da nicht so wählerisch trinken noch ein Schlückchen und dann gucken wir mal wie es auf dem Feld ausschaut bei unserer Arbeiterin hier wo ist denn die sieht aus jetzt wäre sie fertig sehr gut das wird erst im Winter angesäht da kommen Karotten rein aber schon wieder Abend tatsächlich wir haben schon wieder Abend so ne hier ist ja ich kann aber gerade mal gucken wie es mit Werkzeugen ausschaut Steinexte haben wir noch Eisen Steinmesser Steinmesser haben wir keine habe ich Steine 2 da haben wir noch ein paar mehr und Stöcke und Stöcke sollte reichen noch ein paar Steinmesser machen für den Jäger so und wir müssen noch ein Gebäude fertig bauen dass wir die Quest der Beginn einer Gemeinde fertig haben aber wie gesagt wir haben dann ja ab nächster Jahreszeit Winter da haben wir dann eher Zeit für solche Quests so Steinmesser dann haben wir da auch nochmal wieder 5 ist schon ordentlich was die brauchen das muss man schon so sagen so ja hier ist auch keiner mehr die hat Feierabend ne da bist du jetzt machst du Feierabend oder hi Erwina hey old friend äh wie war dein Tag bisher die wichtigste Zeit im Jahr ist jetzt Herbst ist das Ergebnis all unserer harten Arbeit und Vorbereitung auf den kommenden Winter sind wir erfolgreich dann werden wir überleben und können zusammen feiern sehr gut wo drin bist du besonders begabt es macht mir nichts aus dass meine Hände schmutzig werden und mir der Schweiß über den Rücken läuft die Feldarbeit ist eine vielschichtig und herausfordernde Arbeit aber am Ende werden wir reich belohnt mach's gut also sie hat ihren Job gefunden hier bei der Feldarbeit ganz eindeutig und sie macht's auch gut alles erledigt da haben wir Roggen da kommen Möhren dann rein und da haben wir Weizen und da fehlt uns Saatgut haben wir zu wenig Saatgut muss ich gerade mal gucken haben wir nicht genug Saatgut gekauft also hier ist keiner kein Roggen habe ich mich da irgendwo verzählt oder ist sie einfach nicht fertig geworden okay ich habe tatsächlich zu wenig Roggen gekauft ja das kann ich jetzt auch nicht mehr wett machen aber auf ja sind ein paar ein paar Felder dann die die jetzt hier halt nicht angesät sind 1,2,3,4,5,6 ja kann man verschmerzen nicht schön aber geht und da die Karotten die werden ja erst im Winter gesät Karotten Samen haben wir ja ne ja haben wir 15 und wir brauchen wir brauchen 25 da muss ich noch 10 kaufen ok aber das kann man wie gesagt jetzt im Winter machen das müssen wir nicht nicht heute erledigen ich bin schmutzig ja das kriegen wir hin wir haben ja einen Waschkübel dann machen wir in der nächsten Jahreszeit noch die Schmiede die Zäune können wir dann noch fertig stellen so Waschzubau einmal waschen bitte dass wir hier nicht so rum stinken hi Rosalinda hab dich vermisst geliebter äh wie war dein Tag der Herbst mal die schönsten Farben ja das haben wir ja das kennen wir ja goodbye so wir machen hier mal ein Feuerchen ach hat er schon einen gemacht ok wer bist du der Altmir okay Rosalinda sitzt lieber da oben gut er sitzt auch alleine dort ach da sitzen die zwei Mädels und quatschen Erwina und Bogner Bogner gehört hier ins Haus ein Mädel fehlt ah ne da wer ist denn das Bogner äh Radomir und Ivona ok ihr wohnt doch hier ne Radomir und Ivona genau ihr wohnt hier er hätte doch hier hinsitzen können aber gut wenn's euch da besser gefällt ist euch das natürlich gestattet von meiner Seite aus ist eher die Frage ob die zwei das auch so mögen wenn ihr vor deren Haus sitzt er hier und sie da hinten so wir gehen jetzt aber erstmal in die nächste Jahreszeit würde ich sagen ich wollte noch gucken Essen wie viel haben wir denn jetzt wir haben nichts nichts ist ein bisschen wenig würde ich sagen ähm dann nehmen wir mal die 13 Kohl nehmen nochmal ein bisschen Fleisch und kochen gerade mal ein bisschen Kohlsuppe muss jetzt nur noch so Schälchen holen die sind natürlich jetzt da oben im Lager im Ressourcen Lager weit weg müssen dann nochmal irgendwann gucken dass wir eins weiter bei uns unten bauen muss ich mal gucken wo da ein schöner Platz wäre so Holzschalen so nehmen wir mal ein paar mit kann ich ja zur Not ins Lebensmittellager legen Holz Teller können wir auch nochmal einige verkaufen demnächst da haben wir noch keinerlei Rezepte für Fackel ist kaputt ich hab noch eine einfache sehr gut so nun sehen wir kann das sein dass sie weniger hell ist als die andere oder täuscht das der andere macht den helleren Eindruck so kochen wir mal in unserer neuen Küche ne so kochen wir mal in unserer neuen Küche ne dass wir da auch mal drin gekocht haben so Kessel verwenden Suppen Kohlsuppe dann kochen wir mal ein Ründchen schade dass das dürfte ruhig schneller gehen im in der Küche als bei uns auf dem Herd aber ist offenbar nicht der Fall bisschen schade ne aber gut aber gut zwei haben wir noch und dann sind wir fertig warum eigentlich nur sechs Kohlsuppe woran scheitert denn das an am Fleisch ne nicht am Fleisch am Kohl holen wir noch ein bisschen Kohl weil sechs Kohlsuppe sind ja jetzt nicht die Welt ne ein paar würde ich glaube ich schon noch machen wollen zwei Kohl brauchen wir jeweils einen haben wir noch dann machen wir noch mal fünf drei ach da habe ich nicht genug Fleisch dabei ne naja aber da haben wir zumindest neun Kohlsuppe da sollten die morgen also erstmal mit hinkommen und dann hoffen wir dass die gute Frau hier genug Kohlsuppe macht die Bruckner so nochmal drei Kohlsuppe das kommt drüber der kommt drüber die kommen drüber und die Holzschalen können wir in die die Truhe hier tun weil die brauche ich ja jetzt nicht wieder ins Lager hochschleppen ne so dann gehen wir mal pennen und freuen uns auf den Winter der da kommen möge ja ich komme zu dir mein Schatz so und ein neuer Tag guten Morgen meine Liebe wie steht es um unser kleines Königreich die Arbeiter können nicht arbeiten weil es an Handwerksmaterial fehlt ok und sie hat eine Aufgabe für mich verehrter Herr kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein worum geht es denn ich habe versprochen ein paar Hosen für die Leute hier zu nähen aber es ist mir Material ausgegangen ich werde dich natürlich entlohnen sicher warum nicht du bist ja unser Schatz ne so jetzt müssen wir grad uns erstmal selber neu einkleiden den brauchen wir den brauchen wir den brauchen wir äh aus so ziehen uns gerade mal um dicke Handschuhe Pelzschuhe Pelzumhang und die brauchen wir jetzt nicht mehr die Schuhe kommen dahin den Rest müssen wir noch ich hoffe wir sind gut genug gekleidet achso in die Quest wollte ich gucken ne was brauchen wir denn da alte Lumpen achso das haben wir schon vier Leder braucht sie ist das nicht herrlich war es ein Schöner die Gegend hier ist so ein Traum finde ich ein absoluter Traum so und unser Schatz sie setzt ne Erwina ist das Erwina und Bogner ich mach euch das Feuer an das ist glaube ich schöner so wo ist unser Schatz unser Schatz hat sich irgendwo anders hingesetzt ja dann gehen wir grad mal wegen Leder gucken eins brauche ich noch das sollte aber oben sein grad gedacht warum geht da der Weg mitten durchs Feld aber das sind ja zwei Felder hier dann holen wir noch ein Leder und dann gucke ich mal ob hier noch warme Klamotten sind weil ich glaub wir hatten ja noch mehr so erstmal brauchen wir ein Leder haben wir ähm Pilzschuhe Hose mit Manschetten genau die können wir noch anziehen sehr gut Hose mit Manschetten weil die haben besseren Kälteschutz als die die wir hier haben die hat nämlich 5% Kälteschutz also die ist besser so dann hoffe ich sind wir gerüstet für den Winter und da müssen wir jetzt unser Schatz mal unseren Schatz suchen unser Schatzi ist herrlich die Landschaft also hier oben wunderschöner Ort zum Bauen finde ich klar gibt kein Leder äh Quark gibt kein kein Stroh das ist natürlich ein bisschen nachteilig aber ansonsten so Hi Rosalinda Schnell hast du was ich brauche ich hab's eilig entspannt ich hab alles wie hier versprochen alles hier wie versprochen so rum so Quest Nummer 1 haben wir abgeschlossen jetzt müssen wir mit Alvin sprechen und ich muss grad mal gucken was unser Gebäude hier eigentlich macht was brauchen wir denn dafür Stöcke und Holzstämme so da müssen wir auf jeden Fall noch einen Baum fällen also 1 2 3 4 4 Holzstämme würde ich sagen dann fällen wir mal noch hm wo fällen wir jetzt am besten die Bären sollten ja weg sein glaube ich hoffe ich und ich hab mal gleich ein Problem Baum fällt und der hier kann auch weg der kann auch weg der kann auch weg fällt fällt oder fällt auch nicht fällt oder fällt auch nicht Tammtadam der ist aber gefallen muss ich mal gucken wie lange wir achso irgendwas hat die wegen Material erzählt ne unsere herz allerliebste herz allerliebste muss ich grad mal im Management gucken wir sind im unteren Bereich von Temperatur aber noch okay es darf ein Kerl da ins Blau sollte sie nicht reinrutschen so wo fehlt es denn Kräuterhütte Kräuterhütte fehlt es an Leuten Produktion Näherei wir haben kein Leinengarn mehr okay da müssen wir jetzt andere Sachen fertigen weil Flachs habe ich noch nicht und da fehlt es auch an Leinengarn ne okay Pelzumhänge können wir noch mehr machen und Pelzschuhe da würde ich sagen machen wir doch das kann man auch gut verkaufen davon einen pro Tag und davon einen pro Tag wobei kleine Säckchen darfst du auch machen ne fällt mir da gerade so auf die werden wir auch bei Zeiten immer wieder brauchen das brauchen wir für die Säckchen Leinengewebe okay mach du ruhig mal du darfst auch mehr als ein Säckchen machen und unsere Landwirtin wird davon das ein oder andere brauchen dann machen wir lieber hiervon weniger da haben wir nur einen halben pro Tag und dafür dann hier entsprechend mehr ja das ist glaube ich besser so dann sollte das passen und Stroh fehlt uns natürlich ne da muss ich dann jetzt nochmal gucken dass ich welches krieg hammer kaputt achso wir haben keine Stöcke mehr ups da kann ich natürlich lange drauf rumklopfen da wird da nichts mehr passieren ja dann werden wir uns wieder mal auf den Weg ins Tal machen und äh gucken dass wir oh da brauchen wir vier hier okay wir brauchen also 8,16,32 Stroh gut ähm wo haben wir denn Quests das gucken wir aber in der nächsten Folge sehen nämlich die ist jetzt um ich sag danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ist ja das nächste Mal mit dabei in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal und im 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 im